Globalisierung, Kostendruck und ein immer schärferer Wettbewerb. Das sind die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen, auf allen Märkten. Die Antwort darauf heißt Cloud Computing. Software und Services aus dem Internet bringen Unternehmen mehr Flexibilität und Kostenvorteile. Sie können entscheiden, wann sie welche Dienste in welchem Umfang nutzen wollen und damit schneller auf Marktentwicklungen reagieren. Doch nicht alle Unternehmen wollen ihre gesamte IT ins Internet auslagern. Ob lokal oder Cloud, Microsoft lässt seinen Kunden die Wahl. Wir als Microsoft haben eine Strategie mit Software plus Service, was Kunden anbietet, lokal Anwendungen zu betreiben oder als Cloud-Service zu beziehen. Zwei wichtige Meilensteile für uns sind Produkte Azure, Betriebssystem in der Cloud und jetzt Office 2010 als Web-Based Application, was wir glauben ein durchschlagender Erfolg sein wird. Die absolute Priorität beim Thema Cloud Computing, Datensicherheit. Unternehmen wollen wissen, wo ihre Daten gehostet werden. Das ist bei Microsoft jederzeit gewährleistet. Microsoft betreibt Rechenzentren auf der ganzen Welt und bietet hochverfügbare, sichere und zuverlässige Infrastruktur. Eine gute Basis für Cloud-Services, die die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen effizienter und kostengünstiger machen. Wir gehen davon aus, dass im Bereich Unified Communications Cloud auch in Zukunft eine größere Rolle mehr und mehr spielen wird. Gerade bei den Unternehmen, die sich jetzt neu mit dem Thema UC beschäftigen, stellen wir fest, dass sie noch getrennte Infrastrukturen haben, also IT und Telefonie getrennt. Diese Unternehmen werden jetzt modernisieren und direkt von Beginn an dann natürlich auch Unified Communication as a Service in Betracht ziehen. Die Microsoft Online Services machen es leicht, vertraute Produkte als flexible, gehostete Dienste zu nutzen. Ob Zugriff auf E-Mails, Kontakte und Kalender über Desktops, Laptops und mobile Geräte, gemeinsames Arbeiten an Dokumenten, Videokonferenzen mit Kollegen und Kunden oder Instant Messaging und Voice-Over-IP. Microsoft ist der einzige Technologieanbieter, der Cloud-Computing auf allen Ebenen anbietet. Von Applikationen über das Betriebssystem in der Cloud bis zum Hosting. Software plus Services von Microsoft eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten, um jetzt und in Zukunft erfolgreich zu sein.